Bereits kurze Zeit nach der Vorstellung durch Microsoft wird das neue Bing mit dem integrierten JetBot für viele User freigeschaltet. Und auch wir haben seit gestern Zugriff auf die neuen Funktionen. Natürlich haben wir den Bot für euch dann direkt einer ausführlichen Prüfung mit unterschiedlichsten Aufgaben unterzogen. Unter anderem haben wir uns Zusammenfassungen schreiben, aktuelle Fakten ausgeben und Code generieren lassen. Damit du dir, selbst wenn du aktuell noch keinen Zugriff darauf hast, ein Bild vom neuen Bing machen kannst. Beginnen wir unseren Test mit Zusammenfassungen. Als erstes möchte ich jetzt eine Zusammenfassung von einem bekannten Werk haben. Und zwar ist das Hamlet. Wir sehen dann hier unten, dass die Frage gestellt wird und wir hier jetzt auch direkt sehen, wonach Bing im Internet sucht. Jetzt ist die Antwort auch schon fertig generiert und wir sehen, dass der Unterschied zu JetGPT eindeutig ist, denn wir haben hier immer auch die Quellenangaben. Und wir könnten jetzt hier einfach draufklicken und schon würden wir zur Quelle geleitet werden und dann könnten wir da etwas mehr recherchieren. Wir sehen jetzt auch schon, dass wir hier unten mögliche Folgefragen haben, aber über die sprechen wir gleich in einem anderen Beispiel. Die Zusammenfassung an sich ist jetzt etwas kurz geraten und ich hätte lieber eine etwas umfangreichere. Dementsprechend fragen wir jetzt einfach mal nach, kannst du mir die Zusammenfassung etwas detaillierter schreiben, so circa vier bis fünf Absätze und wir schicken das jetzt mal ab. Unsere Antwort ist fertig generiert und wir sehen, dass das Ganze hier jetzt dann doch deutlich umfangreicher ist. Wir sehen auch hier wieder, dass wir die Quellen haben. Wir haben in den Fußnoten weitere Informationen, können hier einfach mal draufklicken, dann klappt sich das aus und wir können jederzeit zu einer dieser Quellen springen. Super praktisch und ich finde das Ganze doch sehr gelungen. Was wir jetzt noch kurz tun können, ist überprüfen, ob Bing auch in der Lage ist, den Ton unserer Zusammenfassung zu ändern. Und zwar frage ich jetzt einfach mal, kannst du mir die Zusammenfassung etwas umgangssprachlicher schreiben? Und auch das hat Bing mit Bravour geleistet. Wir können jetzt mal kurz über den Text scannen und dann sehen wir, dass Hamlet sich gedacht hat, Bingo, er hat es getan und er hält ihren Sohn für durchgeknallt. Das ist alles dann doch relativ umgangssprachlich. Und ich würde das auf jeden Fall mal als Erfolg abhaken und sagen, dass Bing definitiv Texte auch umschreiben kann, um sie etwas umgangssprachlicher klingen zu lassen. So weit, so gut. Aber wie verhält es sich jetzt mit moderneren Werken? Also fragen wir doch einfach mal, kannst du mir den ersten Band von Harry Potter zusammenfassen? Und auch das funktioniert zumindest in Maßen, denn wir sehen hier, dass direkt ein Hinweis kommt, dass dies eine Urheberrechtsverletzung darstellen könnte. In anderen Versuchen mit demselben Beispiel kam es tatsächlich auch zu dem Szenario, dass Bing uns einfach gar keine Zusammenfassung geschrieben hat, weil uns gesagt wurde, dass es sich hierbei um urheberrechtlich geschütztes Material handelt. Also bei modernen Werken ist es aktuell noch so, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Aber wie gesagt, das wird einem dann auch immer relativ schnell erklärt. Bei JetGPT haben wir keine Warnungen erhalten und auch moderne Werke wurden für uns ganz einfach zusammengefasst. Aber wie verhält es sich jetzt bei anderen Arten von Zusammenfassung? Zum Beispiel könnten wir fragen, kannst du mir den folgenden Artikel zusammenfassen? Hier haben wir jetzt dann einfach auch die offizielle Pressemitteilung von Microsoft zu eben diesem Chatbot und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und tatsächlich funktioniert das Ganze wunderbar. Entscheidend ist, dass wir hier jetzt betonen wollen, dass der Artikel offensichtlich auf Englisch war und für uns die Zusammenfassung des Artikels aber auf Deutsch geschrieben wurde. Das ist besonders spannend, wenn man das Ganze jetzt auf einer globalen Skala betrachtet und vielleicht findet man auch mal eine Nachricht in einer Sprache, die man jetzt nicht spricht, wie Englisch. Und so kann man das sich vielleicht in der Zukunft ganz einfach zusammenfassen lassen. Wir können ja jetzt einfach mal noch hier das Ganze weiterspinnen und einfach mal auf diese Follow-Up-Frage klicken und schauen, was dann passiert. Also dadurch wird einfach unser Gespräch hier weitergeführt und wir erhalten dann eben auch eine generierte Antwort für diese Folgefragen. Unsere Antwort hier ist jetzt auch gut strukturiert. Wir haben hier einige Bullet-Points und tatsächlich ist es auch so bei diesen Folgefragen, dass die von unserem Empfinden her so generiert werden, dass sie die Fragen beantworten, die aus so einer Antwort eben entstehen können. Also so kann man dann nicht einfach nur sich mit der Antwort zufrieden geben, wie man das jetzt bei ChatGPT zum Beispiel getan hat, sondern hat immer auch gleich Möglichkeiten, dieses Gespräch mit dem Bot weiterzuführen. Das nächste Thema, das wir uns ansehen werden, sind Fakten. Fragen wir doch einfach mal nach den beliebtesten Browsern in Deutschland. Auch hier haben wir jetzt einfach unsere Antwort erhalten, gut formatiert und mit seriösen Quellen wie eben Chip, Mozilla und natürlich Statista. Super praktisch. Und wenn man mit der Maus über die Quelle havert, dann sieht man eben auch den Artikel oder die Seite, auf die man hier geschickt wird. Meist genutzte Browser in Deutschland Januar 2023, also sehr, sehr aktuell. Die Frage wurde gut beantwortet, aber jetzt möchte ich eine Faktenfrage stellen, die etwas verschachtelter ist und zwar die folgende. Wie viele Elektrofahrzeuge bietet Mercedes-Benz aktuell an? Wir erhalten hier jetzt eine relativ schwammige Antwort, aber das kann natürlich auch an unserer recht flapsig gestellten Frage liegen. Wir werden jetzt hier nochmal nachhaken, weil wir wollen wirklich eine Zahl als Antwort und eben nicht aktuell mehrere als Antwort akzeptieren. Deshalb frage ich jetzt einfach mal, und wie viele Modelle sind das genau? Hier erhalten wir jetzt eine umfassende Antwort, die zunächst mal so beginnt, dass ich dachte, das ist jetzt nicht genau, was ich gemeint habe, da wir hier die Gesamtzahl der verkauften Elektroautos von 2021 erhalten. Aber wenn man die Antwort dann weiterliest, dann sieht man, dass hier doch auf unsere Frage eingegangen wurde und es wird sogar hier hervorgehoben, dass wir die Zahlen wirklich direkt erkennen können und insgesamt sind das dann also mindestens sieben verschiedene Modelle. Ich würde mich mit dieser Antwort auf jeden Fall zufrieden geben und es zeigt einfach auch mal wieder, dass hier nicht nur schnöde eine Antwort gegeben wird, sondern immer auch versucht wird, etwas Kontext zu geben und das Ganze sieht für mich eigentlich ganz gut aus. Das Beispiel verdeutlicht einmal mehr, dass es sehr genau darauf ankommt, wie wir unsere Fragen stellen und wenn wir uns nicht sicher sind oder die Antwort nicht zufriedenstellend war, dann einfach nochmal nachhaken oder die Frage etwas umformulieren. Ein beliebtes Thema für Chatbots ist natürlich auch das Generieren von Codes. Und wir wollen doch einfach mal jetzt kurz überprüfen, ob Bing auch dazu in der Lage ist. Dazu geben wir folgendes Kommando. Schreibt mir den Code für ein Zahlen-Rate-Spiel in Python. Und auch hier erhalten wir eine Antwort. Die unterscheidet sich jetzt insofern, dass hier nicht nach irgendwelchen Sachen gesucht wurde, sondern der Code scheinbar von Bing automatisch generiert wurde. Wir sehen, dass der Code hier sogar über Kommentare verfügt, dass wir unseren Code, der generiert wurde, direkt sogar erklärt bekommen. Ich kopiere jetzt einfach mal diesen Code und dann sehen wir uns mal an, ob der auch funktioniert. Also testen wir das Ganze. Wir erhalten jetzt hier in der Konsole Rate eine Zahl zwischen 1 und 100. Ich sage jetzt mal 23. Zu klein. Sagen wir 55. Zu groß. 40. Richtig. Und ich habe die richtige Zahl sogar in drei Versuchen erraten. Das Programm, das uns Bing geschrieben hat, funktioniert also. Code kann der Bot also, zumindest wenn er einfach ist, generieren. Zu erwähnen ist an dieser Stelle vielleicht noch, dass die Follow-Up-Fragen hier zum Beispiel Erkläre mir den Code sind. Also es sind nicht wirklich Fragen, sondern vielmehr Befehle, die man jetzt noch geben könnte. Und ich finde es auch sehr interessant, dass der erste Folgebefehl Erkläre mir den Code ist. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass Bing eher an Programmier-Anfängerinnen und Anfänger gerichtet ist, die sich so vielleicht die ersten Kenntnisse zulegen können. Als letzte Kategorie wollen wir uns jetzt ansehen, ob Bing auch in der Lage ist, kreative Aufgaben zu lösen. Wir haben in unserem Beispielvideo für JetGPT ja eine Bewerbung geschrieben. Da haben wir einfach nur den Inhalt einer Stellenausschreibung genommen und JetGPT gebeten, dafür ein Anschreiben zu verfassen. Sehen wir uns doch mal an, ob Bing auch dazu in der Lage ist. Dazu fragen wir Folgendes. Kannst du mir eine Bewerbung für die folgende Stelle schreiben und dann machen wir den Link gleich rein. Es handelt sich bei der Stelle um eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im IT-Service-Desk der Landeshauptstadt Stuttgart. Und dafür kopieren wir jetzt einfach mal kurz den Link und fügen ihn ein und schauen, was Bing uns dann generiert. Und tatsächlich ist hier die Antwort etwas anders. Wir haben hier keine Bewerbung generiert bekommen, sondern wir haben nur das Versprechen bekommen, dass uns geholfen werden kann. Hier wurden dann auch Suchen getätigt nach Mustern für eine Bewerbung, für einen IT-Service-Desk-Job. Und wir haben hier jetzt einfach drei Links bekommen, auf denen wir eben Muster finden oder einfach auch Tipps, die uns erklären, wie wir uns idealerweise auf so eine Stelle bewerben würden. Es ist aber, wie gesagt, nicht ein fertiges Bewerbungsschreiben, wie wir das von JetGPT bekommen haben. Bing ist aber eigentlich in der Lage, kreativ zu arbeiten. Wir können das Ganze jetzt mal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Und zwar mit der Aufforderung, schreibt mir eine Produktbeschreibung für nachhaltig produzierte Wollmützen aus Alpaka-Wolle. Auch hier erhalten wir jetzt keine Suchanfragen, sondern wir erhalten einen generierten Text, der eben auch in diesem Fenster ist. Und wenn wir uns den mal anschauen, dann würde ich schon sagen, dass hier auf unsere Bedürfnisse eingegangen wurde. Und das liest sich doch wirklich sehr, sehr gut. Diese Mützen werden aus 100% natürlicher Alpaka-Wolle hergestellt, die von kleinen Bauern in den Anden bezogen wird. Kleine Bauern würde ich jetzt vielleicht umschreiben. Aber an sich ist das immer eine gute Grundlage, wenn man jetzt solche Beschreibungen schreibt. Wir können das Ganze jetzt versuchen noch anzupassen, indem wir sagen, kannst du die Beschreibung anpassen und sagen, dass wir 10% unserer Einnahmen spenden und der Versand ab 50 Euro kostenlos ist. Wir haben jetzt hier unsere angepasste Beschreibung und das, was wir wollten, dass wir 10% spenden, ist auch dabei. Bei allerdings ist hier etwas dazu gedichtet worden, das wir so explizit nicht gesagt haben. Hier steht jetzt an, eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz der Alpakas und ihre Lebensräume einsetzt. Das haben wir so nicht gesagt. Das ist jetzt einfach von Bing generiert worden. Und wir müssen bei solchen generierten Beschreibungen und Texten dementsprechend vorsichtig sein, dass die KI da nicht irgendwelche Dinge hinzudichtet, die wir so nicht möchten. Abschließend kann man sagen, unsere Versuche und unsere ersten Experimente waren bis jetzt eigentlich wirklich besser, als wir dachten. Bing kann uns für viele unterschiedliche Bereiche und Fragen gute und vor allem auch durch Quellen belegte Antworten generieren. Auch die Aktualität der Antworten ist ein Riesenvorteil, vor allem im Vergleich zu beispielsweise JetGPT, das eben seit 2021 keine neuen Informationen mehr hat. Die vorgeschlagenen Folgefragen animieren wirklich dazu, gerade bei Wissensfragen nochmal nachzuhaken und so noch mehr Informationen zu bekommen. Natürlich ist das auch bei anderen JetBots so. Aber oft muss man eben die Fragen alle selbst formulieren. Und das Anklicken der Vorschläge ist hier einfach eine bessere Nutzererfahrung. Natürlich ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Von anderen Testern und in Berichten im Internet gibt es viele Beispiele, in denen Bing falsche Informationen liefert oder ganze Fantasiepassagen zu Fakten dazu dichtet. Man muss es aber eben einfach auch richtig einordnen. Wir stehen aktuell am Beginn der neuen AI-Generation. Und dass man hier nicht auf einmal einen allwissenden und unfehlbaren JetBot bekommt, ist klar. Dementsprechend ist einfach eine gewisse Vorsicht und Verantwortung im Umgang mit dem Bing-Chat Pflicht. Wenn man das beachtet, kann es aber unserer Meinung nach wirklich ein schönes Tool sein, um in verschiedenen Bereichen schnell und unkompliziert Hilfe zu bekommen. Aber was ist deine Meinung? Hat der Bing-Chat-Bot dich überzeugt? Oder gehörst du eher zu den Skeptikern und traust der neuen KI-Revolution noch nicht wirklich? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Like. Wenn du auch in Zukunft immer direkt alle Informationen zu den wichtigsten digitalen Themen haben möchtest, sowie Tutorials, Tipps und Infos zu unzähligen Programmen, Apps und vieles mehr, dann solltest du uns am besten ein Abo dalassen.